hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier bei krummel baut heute gibt es von mole king die 15061 ein kleiner süßer mechanical digger oder halt ein kleiner bagger gibt es aber auch noch in der 15062 dann ist das ganze rot genau besteht aus 1120 teilen und hat das power modul verbaut ihr seht das das ist die version des power moduls an die man noch extra komponenten anschließen kann das heißt wir haben nicht nur den block sondern noch zwei kleine extra blöcke für den kran das seht ihr dann aber auch beim aufbau ansonsten ihr seht set besteht aus vier teilen oder aus vier jetzt bauschritten genau jeder bauschritt ist in einer tüte in einer tüte sind lose teile und noch mal eine kleine tüte mit extra teilen also mit konnektoren und so einem ganzen kram ansonsten gibt es noch eine große tüte mit gelben teilen da sind alle gelben teile drin ich nehme einfach mal an dass es sich mold ging einfach gemacht hat und die ersten vier bauschritte alles was bei rot und gelb gleiches reingepackt hat und dann je nachdem ob es die rot oder die gelbe variant ist also die 61 oder 62 gibt es dann die teile in gelb oder rot dazu genau das heißt dummerweise aber auch dass man sobald man im bauschritt zwei kommt das dann aber ihr seht es im aufbau die ersten gelben teile braucht muss man alle gelben teile auf einem tisch packen das heißt die sind nicht bauabschnitt mäßig sortiert sondern halt alle mit einmal die anleitung ja klein aber vollkommen in ordnung einen einzigen fehler hatte ich und zwar war das hier im ersten abschnitt ach hier haben wir es bauschritt 32 ich werde nachher beim aufbau noch erzählen aber da hatte ich die anleitung nicht dabei jetzt seht das hier sind zwei feile die auf diese zwei pins führen die sind richtig wenn ihr das darunter fakt habt ihr absolut keine chance diese zwei feile zu verbinden die sind einfach komplett falsch ignoriert diese zwei feile und drückt das einfach drauf und ihr seid gut und dann seht ihr auch warum hier weil das passt nicht ihr seht da der pin und der pin die liegen lose noch daneben weil das ganze element was wir drauf drücken davor liegt keine ahnung was da in mold king gefahren ist oder wer die anleitung gemacht hat der hat einfach geschlafen ansonsten hat alles funktioniert da gab es überhaupt keine probleme oder irgendwelche das ist irgendwas nicht verständlich war das war alles total schick ja ansonsten es gibt ein korrektursheet was heißt korrektursheet ihr könnt das bauen und es funktioniert dann soll der turm wohl ziemlich schnell drehen ansonsten ist slow moving module heißt einfach so viel wie hier werden zahnräder ausgetauscht dass die übersetzung zum turm für das turmdrehen geändert wird und er nicht mehr ganz so schnell dreht und wir haben aufkleber diese welche alles schwarz gelb das gelb ist ein bisschen zu dunkel für die teile ich habe keinen aufgebracht und ja es steht halt excavator drauf finde ja gut so als ob sie da libo her oder irgendwie so ein krams da versuchen das ist halt einfach ein bagger und fertig ist genau ansonsten eine fernbedienung ist dabei und diese braucht ihr auch wirklich weil das ist so eine die man normal eigentlich immer bei mold king dabei hat das heißt zur akkubox die ist nicht kompatibel mit dem power modul das heißt ihr braucht wirklich die power modul fernbedienung dazu das ladekabel für das power modul und noch mal ein schraubendreher um hier zwei trippel aber die kleinen halt rein zu packen ich glaube das ist drittel trippel a ja auf schrauben reinpacken und dann funktioniert alles so gibt es noch was zu sagen also gucken wir uns den aufbau mal an und legen hier mit dem ersten teil los dass das hier sind zwei elemente die man baut zum einen hier die kettenführung und dieses große mittlere element was das oder den großteil des power modul zählt seht ihr hier das ist der große block der wird ja also hier baut man damit fängt es eigentlich auch an technikrahmen paar lifter mit drumherum turntape dazwischen ist dann quasi dass sich der baggerturm drehen kann und da kommt das power modul dazwischen gesetzt das ganze wird dann hier schon angeschlossen für die drehfunktion also da kommt hier eine achse durch und da hat mold king dann noch mal ein extra sheet reingemacht reingepackt ist slow moving module heißt so viel wie die haben die übersetzung der zahnräder zum drehteller geändert damit er sich anscheinend langsamer dreht weil ursprünglich geht die kraft hier seht ihr da ist die achse auf das zahnrad und von dem zahnrad geht es hoch auf das zahnrad das heißt wir haben hier kaum eine übersetzung also es ist ja fast gleich groß das haben sie geändert das soll raus oder wir können es ja hier mal auf dem platt gucken da da kommt dann so ein kleines rein dann wird noch mal ein kleines dazwischen gesetzt und dann geht es hier auf ein großes zahnrad drauf da seht das dementsprechend haben wir eine untersetzung und es wird langsamer beim drehen des tellers dummerweise können wir noch mal das platt nehmen steht hier sie haben sogar extra technik pin without friction soll für das zahnrad genutzt werden den pin den sie in die tüte legen hat die richtige farbe ja aber der hat friction ergo den solltet ihr tun dies austauschen weil ansonsten okay man könnte es auch drin lassen wird es noch langsamer weil viel reibung da ist aber eigentlich der pin ich habe ausgetauscht gegen einen ohne friction dass das dann geschmeidiger läuft und dementsprechend haben wir dann eine andere übersetzung von den zwei zahnrädern auf zwei kleinen und dann hier das große so das also erstmal dazu ansonsten ja achse durch pin durch dann kommen hier die konnektoren da wird was geändert weil das element hier dazwischen kommt da wird dann ein pin mit achse ein dreier reingesetzt dass das hält aber das ist jetzt keine große änderung und vom aufbau her hier soweit auch kein problem dann kann man das zur seite legen und baut hier die kettenführung ihr seht liftarme ganz viele liftarme aneinander gesteckt da übrigens auch viele fehler in der anleitung man hat zwischendurch zwei elemente mit also mit 15er liftarm die man dann so zusammensetzen kann zwei pfeile sind richtig die hier so mittig rein führen auf die drei pins also da und da und in der mitte leer und dann sind hinten noch mal zwei pfeile ich habe jetzt normalerweise die anleitung hier um es euch zu zeigen wo irgendwas verbunden werden soll die könnte ignorieren das kann gar nicht funktionieren weil ihr müsstet vom abstand her wenn es so drauf passt sind die zwei irgendwo im nichts eigentlich ignoriert die anderen zwei pfeile sondern setzt das so zusammen dass es dann ein bild später auch richtig aussieht also wie gesagt die zwei pfeile sind einfach komplett falsch gewesen hier bei der kettenführung ansonsten ja dann setzt man da eine liftarme rein dass das alles stabil wird und dann kommen hier die kettenführungen rein hier hinten mit dem zahnrad und das wird dann später wiederum verbunden mit dem power modul hier eigentlich das einzige was ein bisschen nervig war ist hier muss eine achse durch dann ein achsstopper dann diese kettenführung und dann da drinnen seht das ja ist noch ein achsstopper der dazwischen muss ja und den dazwischen kriegen die achse gleichzeitig durchstecken und das ganze halten ihr merkt schon erst war halt ein bisschen fummelig aber ja achsstopper irgendwie dazwischen und dann von unten die achse auf den tisch drücken dass die durchrutscht dann hat das bei mir zumindest halbwegs funktioniert ja und das war dann der erste abschnitt dadurch dass wir jetzt hier ein bisschen umgebaut haben sind paar teile übrig also was heißt teile pins und die zwei zahnräder halt hier die ansonsten war alles verbaut es hat nichts gefehlt generell teilequalität ist halt mut gehen brauchen wir nicht drüber reden ja das also zum ersten abschnitt mit dem zweiten abschnitt stellt sich mir dann immer eine frage wer entscheidet die reihenfolge der bauschritte denn das hier ist der zweite bauschritt das heißt am ersten machen wir gar nichts warum bauen wir also im dritten geht es dann mit der zweiten seite hier weiter warum macht man nicht erst mal das fertig sondern baut dann auf einmal so weiter ich verstehe es halt nicht aber gut vielleicht liegt daran dass die kabel hier irgendwo noch durch müssen ich werde es am ende sehen aber das ist halt irgendwas was mich immer wieder beschäftigt warum das manchmal so komisch gemacht wird als allerletztes soll man hier den drehteller draufsetzen also eigentlich sollte das schon fest sein und die kabel hier damit durch damit ich es euch besser zeigen kann habe ich das mal noch nicht zusammengesetzt so dann kann ich das hier nämlich viel besser hantieren ja das baut man also quasi die den ausleger oder hier die schaufel und ein bisschen was vom grundgerüst das grundgerüst ihr seht technikrahmen nebeneinander technikrahmen in der mitte liftarme dazwischen dass es hält und hier ist dann das gegenstück vom drehteller und darauf sitzt dann der erste kleine extra motor kabel dann einfach hier nach unten durch und von da aus geht es auf ein zahlrad von diesem motor und hier zu diesem aktuator der dann den hier kran arm ne kran ist ja nicht bagger arm quasi hoch und runterschieben kann der arm an sich zeigen wir es am besten das sind zwei reihen liftarme dazwischen immer achspins dreier verbunden einmal halt mit achse einmal mit achse aufnahme dass man hier die komplette länge hat das geht einmal durch hier quasi der ansatzpunkt für den aktuator von oben haben wir pendels drauf hier sitzt der zweite motor der hat noch mal ein verlängter verhängungskabel dran und der hängt hier in dem aktuator drin und das ist auch die einzige befestigung also den könnte ich jetzt einfach nach hinten raus ziehen der aktuator ist dann mit pins hier wieder an liftarme befestigt ja und dann geht es weiter nach vorne auch wieder liftarme und hier ein bisschen deko panels dran dann kommen wir unten bei der schaufel an die hier an dem schwarzen liftarm hängt und der ist dann quasi der kann sich dann hin und her bewegen was ich interessant finde ist dass die schaufel kein gussstück ist sondern die baut man also hier ist ein panel und in der mitte liftarme auch wieder mit kleinen panels an sich von der form her ja sieht aus wie eine schaufel das passt alles mich wundert zeit eher das sind so dass das nämlich mal ein billiger ist als eine gegossene schaufel reinzupacken weil eigentlich es ist ein einsteigermodell es soll relativ günstig sein warum sie da nicht eine fertige schaufel reingepackt haben das ja ist halt an sich nur interessant dass sie das so entschieden haben weil ich bin eigentlich der ich hätte jetzt gedacht dass eine einfache schaufel als gussteil günstiger ist aber vielleicht hatten sie nichts in der passenden größe kann natürlich auch sein ja dann fummelt man hier am ende die kabel einmal durch so die kommen dann hier unten raus dann nimmt man das teil fummelt hier die kabel wieder durch gucken entweder das funktioniert schnell oder ich mache es nachher in ruhe das ging schnell und das geht hoffentlich auch schnell nein natürlich nicht ja auch ein witz wenn es zweimal schnell klappt da ist es zieht das ordentlich lang und klack fertig und dann hier unten sind die anschlüsse gleich deswegen damit ich hier durch wobei man könnte es auch einfach durch die lücken stecken am ende dann kann man das hier drauf stecken und so war es genau falsch rum war genau falsch rum eins und hier das zweite so fertig ja und jetzt bauen wir halt die zweite seite gut mit der melde ich mich dann gleich zurück wie ich ja schon gesagt habe jetzt kommt fast nur die zweite kettenführung dran plus die ketten und das ganze wird einfach noch befestigt vorne und hinten da kommt ja so ein zwischenelement dran achsen durch hält es vom aufbau her habe ich ja hier schon mal alles erzählt ansonsten ja die kabel also man kriegt die eigentlich auch so durch gut wir können ja schon mal einen kurzen test machen weil die fernbedienung sieht so aus wie die herkömmlichen mulking fernbedienungen die normalen also die man zu den normalen blöcken also akkuboxen und motoren dazu kriegt connecten sich nicht verbinden sich nicht darum ich musste die jetzt die dazukamen nehmen und dann das ding ist so schnell ja das ist echt witzig ansonsten das funktioniert das funktioniert ne ne wo genau das funktioniert auch einzige ist man kann jetzt die kelle oder die schaufel nicht separat steuern das heißt wir können nur den arm und dann müsste man hier so mit dem arm so rein kellern ja und dann haben wir hier oben noch zwei knöpfe das sind eigentlich die schultertasten zum verbinden wenn man kanäle verbinden will hier ist es für die drehung des turms und ja also wenn das das langsame ist das schnelle wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht so verkehrt er kann sich nicht 360 grad drehen denn die haben einen stopp eingebaut also wer einen 360 grad drehen haben will muss mal gucken hier da an der stelle ist ein t-lifter arm der geht hier hoch und sitzt dann hier dahinter den kriegt man nachträglich na würde man ihn vielleicht irgendwie wieder rausgedreckt bekommen aber der schlägt dann da hinten an dem achsstopper an nur da das heißt lasst den t-lifter arm weg dann könnt ihr euch im kreis drehen lasst ihn drin und ihr habt jedes mal einen stopp dann seid ihr bei ja 350 grad ungefähr also wie gesagt dann geht es das ist vorne jetzt geht er nach hinten in die eine richtung bis dahin und einmal wieder zurück bis dahin also ihr könnt nicht direkt dahinter baggern wer das will nehmt den t-lifter arm raus dann müsst ihr halt nur aufpassen dass er nicht immer und immer und immer und immer weiter dreht weil irgendwann sind dann die kabel auch mal zu ende oder es verpfutzt sich irgendwas das wäre jetzt so die einzige gefahr die dann besteht ansonsten habt ihr halt einen stopp ja gut funktion funktionieren alle aber die motoren funktionieren alle und er macht was er soll jetzt machen wir hier mal wieder aus und ich baue hier hinten den aufbau jetzt steht er fertig hier hier ziehen wir mal ein bisschen ran und verkleidung ist alles dran so letztendlich es ist einmal pendels drum herum legen und um platten drauf bisschen deko hier also einmal das kann man mal abziehen das jetzt noch zwei pins das sind einfach nur gestapelte systemsteine technik bringt dazwischen mit pins nach oben haben wir hier also das sind die steine mit noppen nach oben da kommen dann die fliesen drauf hier noch mal ein bisschen auspuff und dann kommt das so drauf gedrückt hier gleich im prinzip systemsteine oder technik prägt dann fliesen diese kanten steine und zack fertig ansonsten haben wir hier oben panels 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 einfach immer aneinander gesteckt hängen dann hier auf den liftarm drauf und haben keinen weiteren halt der kommt dann erst wenn dann hier der kranz drum herum kommt das sind auch wieder drei elemente einmal hier vorne das ganze mit fahrerhaus oder fahrerkabine heißt hier die pendels aneinander gesteckt halbe liftarme dazwischen und die fahrerkabine die innen sogar ein bisschen hier kleinen sitz und zwei kleine greifer zum steuern hat da und da ja und ansonsten halt eine angedeutete fahrerkabine und das kommt dann hier auf die pins drauf auf der seite ähnlich hier die pendels die pendels zusammengesteckt und dann drauf ja und hier haben wir dann auch noch mal liftarme gestapelt die pendels dazwischen hier auf pins drauf und dann muss man hier seitlich die konnektoren da in die halben liftarme reinwirken das ist ein bisschen nervig weil man halt nicht wirklich so gut drücken kann weil es immer wegdrücken will ja und dann war's das also letztendlich einfach nur drum herum gebastelt bis zum bis zum schluss keine fehlteile es sind pins übrig geblieben ein kettenglied und das war's ne achse ne zwei achse was glaube ich noch genau ihr seht ich habe nichts getauscht es leuchtet also immer mal überall blau ist es mir nicht wert weil ich werde ihn wahrscheinlich eh nicht behalten aber so seht auch das was er bekommt man könnte jetzt natürlich noch die ganzen aufgabe aufbringen da habe ich ja eingangs schon was zu erzählt von daher die würden jetzt noch fehlen können jetzt mal nachdem man zusammengebaut ist klein funktionstest machen wir hatten wir zwei eben erst aber machen halt noch ein so verbunden und auch komplett zusammengebaut ist relativ flott hier merkt man dass es ein power modul ist und dass da nicht so viel kraft dahinter ist und jetzt ist glaube ich der saft alle gut aber ja ich hab's halt nicht geladen es funktioniert nach alles ansonsten hier greifer turm drehen ist ja alles wie vorher durch die verkleidung hat sich da nichts geändert genau so viel also dazu sind wir durch ich bedanke mich fürs zusehen wenn es euch gefallen hat ihr wisst gerne daumen da lassen oder falls es noch nicht gemacht habt kanal abonnieren glöckchen drücken und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste mal wieder wenn es heißt gummi baut tschüss